Und damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Ich sehe gerade mein Mikro, könnte einen Ticken weiter mit dich. So, ist es besser. Ja, was steht heute an? Gestern kam ein Base-Unbau-Video, davor ein Frage-Video. Ich habe die Fragen noch nicht, beziehungsweise eure Wünsche noch nicht durchgelesen. Aber habe mir natürlich selber Gedanken gemacht, wie ich so weiter frischen Schwung, neue Aktionen und wie auch immer in den Clan bringen kann. Oder was heißt in den Clan? In die Videos, in den Brennlichen Blaze. Häufig habe ich rausgelesen, damit es schon mal wieder nicht zu langweilig wird und die Leute nicht meckern, Bartsch mir mal im Hintergrund. Und nachher gehen wir dann auch noch gleich auf den Clan rein. Ich habe häufiger rausgelesen, dass die Leute mehr Nähe wollen. Also ich habe ja schon geschrieben, auch teilweise, muss ich sagen, habe mich ein paar Kommentare dann wirklich verärgert, die dann so schreiben, ja, dass mir die Abonnenten ganz egal sind und dass ich euch fast, also so hat es sich zumindest angehört, abziehe. Was ich dann, ja, doch ein bisschen arg hart fand, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich doch mal schaue, dass ich die Kommentare beantworte oder dann zumindest jetzt auch in den Videos auf eure Meinungen und Wünsche und dergleichen eingehe. Und ja, was habe ich mir jetzt überlegt? Also meine Idee war, ich habe mehrfach rausgelesen, also auch aus konstruktiver Kritik, dass die Leute mehr Nähe zu mir wollen. Also es können natürlich viele über diese Aussage lustig machen, aber ich denke, ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ich habe mir überlegt, gut, wie kann ich euch denn diese Nähe am besten geben? Oder wie kriegen wir es am besten hin, dass ihr mit mir in Kontakt treten könnt, dass ihr auch was von Brennerchen habt, wenn man es denn so nennen möchte. Und mir ist jetzt die Idee gekommen, eine Art kleine Serie oder was ich auch generell in diesem Video heute einführen möchte, dass ich, ja, Clan Wars bei Clans von euch mitmache. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie ich den Titel nenne, wahrscheinlich Clan Wars Besuche oder so. Und der Sinn ist jetzt, oder der Zweck, Queen schon mal nicht gezündet, aber wir haben hier schöne Ressourcen mitgenommen, das war nicht so tragisch. Schöne Ressourcen. Die Idee ist es, dass ich bei euch im Clan Clan War mitmache. Ich habe in einem Tag mein King wieder ready. Wir im Clan selber sind aktuell dabei, dass wir immer Clan War dauerhaft machen, einfach um die maximalen EP zu holen. Wir sind jetzt auch Level 6, was sehr, sehr nice ist. Wir haben hier eine mega grüne Welle, die hoffentlich lange noch beibehält. Und ja, Clan-Vorteile, es gab Spendenrückerstattung und zusätzlichen Lagerplatz für Kriegsbeute. Und Level 7 mit mehr Extrabeute, 20% ist natürlich noch nicer. Und die Idee ist jetzt eben, dass ich bei euch im Clan War mitmache. Jetzt habe ich mir überlegt, klar, es ist schwer, ja, rauszusuchen, bei wem ich jetzt mitmache. Also habe ich mir gedacht, wenn wir mal generell reingehen, ihr wisst es, Clan hat den Clan-Tag, hat die Kriegshäufigkeit und, und, und. Die Urteil in dem Fall ist nicht so relevant, heißt, wann ihr den Clan War startet, ist mir persönlich eigentlich ganz egal. Wir möchten bald wieder eine Clan War Woche starten. Und das, was ich jetzt hiermit ins Leben berufe, ist eine Art Serie eben, sodass ich da recht flexibel bin. Die Idee ist jetzt also, dass ihr euch unter diesem Video ähnlich wie bei einer Base Review bewerben könnt, aber in jedem Fall anders bewerben. Also alles, was ihr eigentlich reinschreiben müsst in eurem Kommentar, ist den Clan-Tag, oder das Clan-Kürzel, wie es auf Deutsch heißt, dass ich euren Clan finde. Und warum ich genau bei euch im Clan den Clan War mitmachen soll. Ich werde mich dann auch wirklich euch ganz unterordnen, das heißt, ich werde die Regeln machen, die ihr wollt. Heißt also, wenn man nicht, wie bei uns, dem unter sich spendet, dann spende ich halt jemand anderem. Wenn man nicht die Nummer von sich beim Gegner angreift, dann greife ich jemand anderem an. Also ich richte mich da ganz nach euch. Zum einen sicher interessant, dass ich auch neue Einblicke sehe, wie läuft es in anderen Clans. Zum anderen kann ich euch vielleicht auch ein paar Tipps geben. Und zum dritten stehe ich eben mit euch, der Community, noch näher in Kontakt, wenn ich da dann einen Clan war, also insgesamt 48 Stunden mitmache. Vielleicht kann es sein, dass ich während dieser Zeit kurz zwischen meinem Clan und eurem Clan hin und her wechsle. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und hoffe natürlich, dass euch jetzt die Idee gefällt. Also die kam jetzt wirklich von mir. Die habe ich jetzt nicht aus den Kommentaren, die habe ich nicht von irgendeinem YouTuber abgeschaut, was ja auch oft vorgeworfen wird. Sondern die kam mir einfach, dass ich es sage, dass ich jetzt in Zukunft immer mal wieder den Clan war bei einem Fan-Clan, Abonnenten-Clan, wie man es denn nennen möchte, mitmache. Also eure Aufgabe ist es, ihr müsst kein Ältester sein, ihr müsst kein Anführer sein. Ihr müsst das natürlich mit eurem Clan absprechen, ob die Bock auf mich haben. Schreibt mir den Clan-Tag ganz oben in den Kommentaren am besten und dann drunter wirklich ein paar Zeilen, warum ich genau bei euch den Clan war mitmachen soll. Oder einen Clan war mitmachen soll. Und dann werde ich mir die Kommentare einfach durchlesen. Die Begründungen, die mir am besten gefallen, ja, die werde ich dann so sammeln. Und da werde ich dann nach und nach in diesen Clans Clan Wars mitmachen. Ich werde das natürlich dann auch in Videoform festhalten. Dass ihr da Bescheid wisst und seht, was abgeht und wer da dabei sein. Das ist also so das Hauptthema des heutigen Videos. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich mich nicht immer zwinge, ein Video ist 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten lang zu lassen. Sondern es soll eben nicht langweich werden. Heute wird es dadurch ein etwas kurzeres Video. Ich möchte zum Abschluss noch kurz mit euch einen Blick auf den anstehenden Clan war werfen. Wo ich leider noch nicht dabei bin, da mein King hier noch einen Tag und sieben Stunden läuft. Und wenn wir mal schauen. Skontro-Clan. Wir haben 74 gewonnene Clan Wars, sind ein italienischer Clan. Und es wird interessant. Sie haben einen Zweiradhaus-10er, wir haben einen. Und es ist ein 10 gegen 10 Clan War Clan. Ich werde euch da auf alle Fälle mitnehmen, wie sich die Jungs so schlagen. Schreibt mir gerne auch, wenn ihr euch nicht bewerben wollt, einfach eure Meinung zu dieser Aktion in die Kommentare. Ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ich freue mich, in anderen Clans in Clan War mal mitzumachen. Ich hoffe, ihr findet die Idee auch cool. Dass das eben hier schon mal ein erster Schritt Richtung Alex und die Community. Mehr Kontakt zueinander. Frischer Schwung. Frische Luft. Wie man es denn nennen möchte. Wenn es euch gefällt, die ganze Aktion, zeigt mir das doch gerne durch einen Daumen hoch. Wie gesagt, wer Lust hat, dass ich bei euch mitmache, gerne unten in den Kommentaren. Clan Tag und Begründung, warum ich bei euch viel machen soll. Und an der Stelle, ich habe es erwähnt. Eine kurze Folge. Ich bin für heute raus. Und bin auf euer Feedback gespannt. Wir sehen uns morgen Abend zu irgendwas Clash of Clans technischem Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.